Frenkel frotzelt, heute, let's play together, army of two, the devil's cartel. Ah! Pissar, du! So, also, lieber Granat immer. Ich hab's schon wieder vergessen. Oben rechts. Ich hab's schon wieder angeschossen. Ich auch. Ich weiß nicht, wie die alle sind hier. Da will ich nicht hin. Da will ich nicht hin. Eieieieiei, ich stolper heute aber echt schlimm. Ohne Witz. Kein Spaß. Also, wenn die mich immer anballern, dann kann ich da vorne nichts ausrichten. So. Ich bin so blöd, dass ich meine Kuh die Knarre wegmache. Wie? Immer noch? Jaja, die ist nicht da. Okay, da unten ist wieder. Gehst du da in Deckung, du Penner? Warum geht der nicht in Deckung? Na also. So, Freund. Ah, daneben glaub ich. Oh, Kacke! Ach, scheiße. Ich bin verwundet. Ja, toll. Und jetzt? Ich kann nicht zu dir kommen. Was soll ich denn machen? Also, ich hab versucht die Handgranate zu werfen und alles her. Ich versuch mal zurückzukommen. Ja. Dauert nur so drei bis acht Tage. Mach dich. Nee, das schaff ich nicht. Das schaff ich nicht. Ach, das schaffst du. Wie müssen wir das so machen? Wie müssen wir das so machen? Dass du das auf dem Dach machst. Warum muss ich das denn machen? Löff doch du die Granaten. Das Kacke ist halt, dass auf der anderen Seite auch irgendwelche Typen sind. Die mich von der Seite anballern. Das ist scheiße. Hm. Wir brauchen wohl leider irgendeine Taktik-Tick-Tack, ne? Die wir ja sonst irgendwie nicht haben, ne? Das gehen wir einfach rein und nieten alles um. Wie hab ich denn das das letzte Mal gemacht? Das hab ich, ähm... Scharfschützen, die wir uns das gemacht haben. Ja? Ja. Das war ein Unverhundbarkeitsmodus. Ja? Ich glaub schon. Ich weiß jetzt nicht. Man, warum läden das so lang? Tja, uns muss das ja nicht kratzen, ne? Stimmt. Nochmal! Warte mal, warte, 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 warte. Ich will jetzt mal ins Minus. Warte mal ins Minus. Warte mal ins Minus. Warte mal ins Minus. Wir machen's wie beim letzten Mal. Ne, wir gehen jetzt nicht ins Minus. Ich bin. Ich will meine andere Knarre. Das geht doch jetzt nicht. Das geht doch jetzt nicht. Hallo? So. Da auf den Dächern sind Arschgesichter. Ich weiß nur nicht wo genau. Auf den Dächern? Ja. Unter Anderen. Da zum Beispiel. Und die muss ich erstmal abballern wahrscheinlich. Ja, ich schmeiß sie mal an den Graneten, ne? Hier kommt ne kleine Aufmerksamkeit. So. Ja, du blöder Penner. Jetzt weiß ich wo ihr steckt. So. Das war ein bisschen zu kurz. Okay, kommen wir nicht ganz dran. Ich muss weiter vor. Ja, ich glaub ich treff den da auch nicht wirklich. So sieht das aus. Oh. Ich bin mein lieber Freund. Schade. Gehst du in Deckung? Gehst du in Deckung? Warum geht denn er nicht in Deckung? Ja, weil er blöd ist. So. So. Oh Gott, was war das denn? Ach, der ist ja auf dem Wagen alles im Namen. So, ich schau mal ob ich mit dem Scharfschutzbewehr da irgendwie rankomme. Nicht aus dieser Position. Der geht nicht in Deckung der Arsch. Was ist denn das für ein Idiot? Game Over Baby! Juhu! Kann ich jetzt nach vorne gehen? Ich hoff's. Da ist noch einer rumgerannt da. Ja, 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 ja. Aber den haben wir entgegen und erledigt. Dass ich da wieder ein neuer dran hoffen in Schlesien. Ja, ja. Ich seh grad nix weiter. Schrott! 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 Hab ihn! Sehr gut! Der nächste von hinten kommt auch noch einer. Kacke! Wobei ja, das war knapp, ey. Bist du da? Hallo! Ich hab's geschafft! Juhu! Juhu! So, also weiter da lang. Du bist mein Held! Gibt der irgendwo meine Knarre? Ne! Verdammte! Angst, ey! So! Hoch! Mane, das muss man gleich so machen, ne? So, und da hast du wahrscheinlich versehenlich die Waffe getauscht. Nein, die hab ich im Spiel. Ach so, ja. Okay. Du musst dich x lang drücken und dann hat er die andere Knarre aufgerufen. Ja, dann musst du einfach im Spiel den nächsten jetzt dann, äh, wieder ne neue aufgeben. Ich will mich nur noch verpissen. Ich glaub wir sind fast da. Geh einfach weiter! Ich kann gleich wieder Terminator-Move machen. Du auch. Oh, das ist ja meiner! Ja, du kannst doch nicht auf den Baller zahre mal! Oh, das war ich aber nett! Das war ich aber nett! Das war ich aber nett! Guuuut! Freunde, das war ich aber nicht! Ne ganz schöne Schlachte hier, Turm! Alpha und Zentrale sind fast am Treffpunkt. Verstanden, Alpha. Ihr seid scheinbar die Einzigen. Geht zum Treffpunkt und haltet die Stellung. Okay, wir säubern den Treffpunkt und warten auf die Evakuierung. Wir haben uns was geschafft! Weiter! Freunde! Hier oben, ja! Ja, ja, mach dir keinen Kopf! Hier kommt ein Geschenk! Hat die Mone ne Granate geworfen! Und, war schlecht? Nö! Weiß ich nicht! Juhu! Verneckell! Weiß mal nochmal was! Werfen ne Splittergranate! Jaaaa! Ich steh drauf! Leck mich! Eigentlich echt ein nettes, schönes Ballerspiel, oder? Muss man jetzt mal so sagen! Ja, geh runter, Mann! Also, die Deckung ist dermaast arschgeiger, richtig? Da will ja nicht in den Deckung gehen! Da zieht der Rummel! Oh, der steht einfach auf! Hallo! Bin ich jetzt im Overkill-Modus? Also, ich schon! Das hat mir vielleicht das Leben gerettet hier! Ja! So! Ist noch Radar hier! Oh! Platz sichern! Die meinen uns, glaub ich, oder? Ja! Scheiße! Wo schießen die denn schon wieder? Das gibt's ja nicht! Boah! Von da! Du kannst dich überall hinschmeinen! So! Hallo? Das sind ganz schön viele hier! Mann, ey! Irgendeiner! Scheiße! 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 Ich bin verbunden! Ja, tolle Wurscht! Ich bin verbunden! Okay! Immer mit der Ruhe! Da ist noch einer! Da ist noch einer! Da ist nicht nur einer! Ah! Scheiße! So! Du bist so ein bisschen unvorsichtig mit deinem Vogelstürme! Ja! Ich weiß! Genau! Splittergranate! Tja! Den hat's nur zerbröseln! Was mich auch ein bisschen irritiert ist, dass die Deckungen wirklich wegbröseln! Aber ohne Ende, ey! Oh! Aber das ist doch gar nicht so schlecht! Aber ich werde dir gerade angefallert! Moment! Heiei, hei! Ich seh gerade gar nichts mehr! Hier ist mein Deck! Oh, oh! Oh, oh! Headshot! So? Muss ich dich rennen, oder was? Nöööööö! Mach dir alle platt! sauber, sauber. Also los, den Treffpunkt sichern. Verstanden. Ja. Eier mal ein bisschen rum, ne? Ich eier mal zu dem Punkt da, wo wir hin müssen. Streber. Hallo, Punkt. Ist ja nicht so viel los in der Stadt, ne? Zwischensequenz. Ich kann einen alten Scheiß halten hier, ne? Bleib einfach ruhig. Wir schaffen das schon. Ah, auf die Mist. Haltet die Stellung? Ist er bescheuert? Verstanden, Rios. Wir geben unser Bestes. Na, von mir aus. Dann halten wir mal die Scheißstellung. Ja, das hätte ich auch gesagt. So. Kommen wir jetzt zu uns? Oh, scheiße. Na, links. Wir haben neun Uhr. Was weiß nicht, wo neun Uhr ist? Na, halt neun Uhr. Von allen Seiten. Scheiße, ich seh sie nicht. Ein Stress, ey. Ich hab keine Granaten mehr. Das ist doch scheiße. So. Kommt alle her zu mir. Kommt alle zu Papa. Granate kommt. Jetzt weiß ich, wo die stecken, die blöden. Oha. Uh, uh. Hilfe. Scheiße. Ich hab alle auf mich gelenkt. Mach hin. Los, Mann. Hau rein. Wo bist du denn? Du bist ja voll mitten im Gefecht. Du kannst dich doch da nicht... Ah, kacke. Von der Seite auch noch. Das gibt's ja gar nicht. So. Ich will ihn wieder retten. Ah, 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 ah. Wo ist er denn? Gleich bist du wieder okay. So, jetzt falle ich wahrscheinlich gleich um. Rios, wo bleibt der beschissene Heli? Es gibt keinen Heli, bravo. Die LZ ist zu heiß. Wir arbeiten an einem Plan B. Bleib ruhig. Denen fällt schon was ein. Du solltest ein bisschen aus der Schussliege gehen, glaube ich. Ja, funktioniert. Ich bin ein bisschen weggegangen. Die kamen aber echt von allen Seiten jetzt, ne? Ja. Oh, wie fällt der vor? Oh Mann, jetzt hab ich auch versiedelt, die Waffe gewechselt. Ja. Oh, Granate. Scheiße. Was ist denn jetzt los? So, jetzt hab ich gerade überhaupt nichts mehr geblickt, aber egal. Wo bist du denn jetzt hier wieder? Scheiße, von hinten schießt auch einer. Partner ist verwundet. Wo bist du denn? Ach, du bist schon wieder mitten da hoch. Warum bist du denn da hoch? Das sind ja lauter Gegner. Ich weiß nicht warum. Ich schaff das nicht. Ich schaff das zeitlich nicht mehr. Ja, mach dir keinen Stress. Na komm, weiter geht's. Ja. So, jetzt, komm. Achtung, Granate, weg! Autsch! Ah, so eine Scheiße, wie ganz ein bisschen. Fuck! Schon wieder verwundet? Ja, direkt hinter dir. Ach, naja, ich bin ja mittlerweile schon eine Krankenschwester. So. Gegner! Sage mal, ey. Geht ja gar nicht. Ich hab keine Munition mehr, das ist das Problem. Scheiße! Ja, scheiße, genau. Der hat mich irgendwie noch gemacht. Jetzt haben wir's aber geschafft, ne? Ich weiß nicht, das war in letzter Sekunde, weil der hat mich eigentlich echt gekillt. Nimm das denn gar kein Ende mehr? Wir müssen hier raus. Vamos, vamos, vamos! Hura! Hey, kann ich euch mitnehmen? Das war echt in letzter Sekunde. Ich hab keine Muni mehr. Das war mein Problem. Ja, aber ich war gut eigentlich. Naja, ich soll noch mal Glück haben, ne? Ja, ich soll noch mal Glück haben, ne? Ja, ich soll noch mal Glück haben. 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 Vielen Dank.